Das ist Wendy James von Transvision Wamp, ein süßer kleiner Wamp mit viel Sex, aber wenig Hirn könnte man denken. Aber denkste. Das galt ihrer Meinung nach auch schon für Marilyn Monroe, die man, so meint sie, völlig verkannt hatte. Although most people think she was just a sex symbol, she just did all sorts of things and she just proved that women could stand up and speak and look beautiful at the same time. And I think she was, she is a very important person, not just for her looks, but also for her mind and she was a brilliant comedic actress as well. In der Londoner Ledbury Road nahe der Portobello Road lebt Wendy in einer kleinen Dreizimmerwohnung, in der sie mindestens ein Dutzend Bücher über Marilyn, Brigitte Bardot und anderen aufbewahrt. Sie ist ein Fan von diesem Film Idolen und deshalb kleidet sie sich auch so. Tolle Kleider kosten Geld und davon hat Wendy derzeit noch zu wenig. Sie verrät, wie sie es trotzdem schafft, sich so zu kleiden. Well, my clothes that I buy, I buy from Portobello Road Market, their second hand, because, truth be known, I'm still very poor. I really am, I can't afford it. I'm on a hundred pounds a week, which is nothing. But when we do videos or if I'm on television in the record company, you'll say, well, what do you want to wear and then I can get good stuff. Wenn man mal drauf achtet, stellt man fest, dass sie in ihren Videos deshalb gleich mehrere verschiedene Kleider trägt. Solche, auf die die Männer fliegen. Auch Jason Donnelly. True. It's not true at all. He has no sexual aspirations towards me and neither do I towards him. None at all. How come? Well, he's just a friend. He's a young boy. And I'm just making him feel welcome in England. Die Gerüchte waren aufgekommen, weil Wendy und Jason sich in diesem Pub mehrfach getroffen hatten. Dort, wo sie sich fast täglich mit ihren Freunden von ihrer Band trifft. Und da zeigt sich dann, wen sie wirklich liebt. Nick, mit dem sie zusammen Transvision Vamp gründete, scheint ihr Herz erobert zu haben. Die beiden haben jetzt Gelegenheit auszuprobieren, ob ihnen das tägliche Zusammenleben Spaß bringt. Denn sie gehen auf eine ausgedehnte Welttournee, für die sie in diesen Probenstudios üben. Hier bereiteten sich schon andere Stars auf ihre Konzerte vor. Mick Jagger, Tina Turner, George Michael und viele andere. Und jetzt auch Transvision Vamp. Hier bei der Probe mit ihrem neuesten Song. You're the One. I'm standing on the edge of the world, all by myself, thinking about you, but no one else. You're the One. You're the Only One. You're the Only One that can mess me up and keep me down. Put an arrow in my heart and twist it all around. Oh, you're the Only One.